ARD Text im Auftrag von Funk Mann, das war ja lahm, ey Er stolpert hier so ganz langsam durch die Stadt Die Stadt sagst du? Ja Das Dorf, inhalt, tatsächlich Durch die Kluft der Beschwörung Ready, set, fight! Ja Wie greift keiner unsere Tieren noch? Nope, nicht wirklich Aber du bist jetzt mal voll offensiv, ey Ne, die brauche ich ja nicht, meine Bomben haben ja eine Range, die ist ja... Da müssen wir aufpassen, wir machen wahrscheinlich gerade den Drachen Na ja, da sind doch doch alle Naja, die waren aber gerade auf dem Weg, schon sehr leicht Wird's für einen Quanzale weg? Natürlich, der zieht ja auch Wird's für den Quanzale weg? Ja, wenn er trüft Ha Und weiter Leute, der Chugard hat auch überlebt Ihr wollt mich doch verarscht Wie überleben die denn alle meine Ulti? Wie komm ich aus dem Tauch raus? Naja, du darfst mich gerade sagen, ich hab's nicht Na komm, geht drauf jetzt Boah, plus 21,7 steht bei mir gerade Boah, plus 21,7 steht bei mir gerade Oder Leben, die Generation Da, dann… Was, ich weiß, was, wer kann euch überhaupt Oder Leben, die�er haben Warum hat denn die Chugard das auch überlebt? Ey, die überleben alle meine Ulti, ich versteh's nicht Crazy Shit und so Den wie tief Na genau, Shinvi noch an, bringt der auch so viel Aber den ist mal so mutig und bleibt mir damit bestehen undкрottend Shake so ach ich hab noch gar kein Geld braucht Zeit kein Geld mann 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 geht mal zu dass er langsam den Traum gemacht bekommt langsam könnte man was ist da los was ist da los durch meine Hilfe er wurde durch die Hilfe von fast allen außer Timo getötet ich kann nicht sein doch es stand da kannst du sagen was du willst komm zu Mungo und da Mungo die Leplung weiß er manchmal noch nicht was er so will ja die teleportiert sich zu uns und dann rennst du wieder weg komm zu Mungo wir haben weiter aber die machten ordentlich damage die alter Hat er nicht gemutet. Das hat mir so viel gebracht. Ihr Schmerz ist meine Freude. Nicht, dass sie ihn da machen. Ja, ist gerade auch so meine Befürchte. Nee, Darius geht runter. Ich glaube die pushen so ein bisschen durch, da rechts und links. Also rechts auf jeden Fall, das ist der Darius ganz alleine. Gewesen, der ist auch schon wieder weg. Ich weiß nicht, wo ich bin. Jawoll Junge, so läuft's. Der fühlt sich gut war. Da geht's einem wieder gut, aber das sag ich dir. Ey, der fühlt sich schon neu geboren. Ah, wie frisch ausgekackt, Junge. Herrlich. Nice KS-Ulti. Ist halt so. Aber ich meine zwei davon wären sonst entkommen, das habe ich gesehen. Besser als neu ausgekackt, sage ich dir. Besser als wie ausgekackt? Besser als wie ausgekackt. Oh, ich hasse diese Ulti von Wundermere. Ja gut, wenn die jetzt alle wiederkommen, freute ich mich mal weg. Hab ja ein bisschen Geld gerade bekommen. Meine Beine und eine Dreifach-Tötung. Ruhe, vor allen Dingen. Ich habe wahrscheinlich bei den wenigsten davor überhaupt Damage gemacht. их gegen eine Dreifach-Tötung. Naja, aber für den Hut fehlt mir noch was. Ach, ist doch Kacke. Hab ich schon so viel. Jetzt würde ich langsam aufpassen, dass die mal einen Drachen machen. Ich muss aber mal einen Pilz hinschillen Na, wenn mir das Alarm gelohnt werden, ist das scheiße aus Ja, ist definitiv scheiße Jo Oh, bin ich schon wieder fast voll durch meine Ulti Ich bin schon wieder voll, besser gesagt Drunamere ist der einzige, der herankommt Wird dauernd, äh, der Steppen Doch, der ist vor sich doch Durch Timos Gift Ich habe diesmal nur einen getötet, aber ich habe immerhin einen getötet Den Show-Gut Den Low-Gut habe ich bekommen Den Low-Gut habe ich bekommen Ihr verteilt euch jetzt alle auf der Mapsache Das ist mich hier ganz alleine Oh Scheiße ungünstig Warum drum dauernd Hilft mir noch nicht viel Ja, da wollte eine Reine vorbei Okay, hatte aber gemerkt, dass es eigentlich vorbei ging Oh, Darius wird jetzt wahrscheinlich Botlane zurückdrängen So, jetzt kann ich mir endlich, äh, den Hut kaufen Wird ja auch mal safe Ah, Hespa Alter, sind die alle bei dir außer Darius Ja, schlecht gelaufen, würde ich sagen Ja, Scheiße, wenn die alle wegrennen Alle rennen weg und ich, hör, lasse mich alleine Und die, die haben mich sogar schon überholt Und haben da auf mich gewartet, bis sie mich angreifen können Naja No, was kann ich denn hier Ach komm, hier schnappt jetzt Zeit, Alter Einfach mal shoppen Shoppen, shoppen, shoppen Na, da sie alle weg sind, äh Entweder sind sie jetzt da oder da Groß ausweiten Da unten sind sie schon mal nicht Die werden dann Ich denke mal, die werden Barrel machen Sind alle weg Keiner zu sehen Ja, ich bin ja Die machen Barrel Ich finde, es ist ein bisschen stärker Ja, bringt uns aber nichts Weil die Barrel gemacht haben Die haben den sogar fertig Ja, toll, ich sterbe jetzt Ja, ihr könnt da vergessen Ihr könnt da abhauen Ihr schafft den Teamfighting Aus der Nähe können die so isolieren Wie ihr es gerade getan habt Aber Ansonsten habt ihr eigentlich keine Chance Im Teamfighting Ich habe den Drachen geschafft Ja, okay Ja, den Drachen haben wir fertig gemacht Naja, der ist nicht mehr auf der Karte zu sehen Ja, das ist ja die Wahl Das hat doch gedacht Also immer wieder recht Aber... Versuch ist es ja wert. Gebt ja die Hoffnung nicht auf. No. Ja, jetzt kommt er auf jeden Fall wieder in der Mitte. Noch mal da, ein bisschen Spam-Action. Spam Morbid. Das bin ich nicht. Das bin ich. Ja, ich habe fast gedacht, wenn du vorher sagst, Spam Morbid. Na, Trunner, wie ein Blitzcrank alleine ist jetzt natürlich sehr intelligent. Na, Trunner, wie ein Blitzcrank alleine ist jetzt natürlich sehr intelligent. Aber alles schön, der alles zu käschen. Der hat den Teller... Ja, nein, da haben die alle alleine gelassen. Sehr intelligent. Jetzt muss der Blitzcrank endlich mal hochkommen. Warum hat er jetzt vor der Alleine zu kämpfen, oder was? wir lassen uns auch untergehen würde mir noch wünschen dass der Timo auch noch unterguckt ne da kann ich nicht lang glaube ich ja mitten in die Gegend ja Timo wäre so nice wenn du mal helfen würdest sind wir nur noch zuviel? äh ja die Türen haben jetzt noch tot wie schnell war der denn hier? äh Teleport meine Ulti ist Next Generation und so also ist jetzt ganz gut dabei äh alles durchhoffen uff da gehe ich nicht lang ganz leid ich hoffe auch nur noch zusammen rummacht ja ist ja auch jetzt so die Zeit dafür ich hab nicht mal nur eine Sekunde gewartet hinter uns sind Trigger da gewesen naja halt das war so nehm ich nicht mehr wo bin ich? wo bin ich? da bin ich ok ist immer bei mir ist das Problem ich seh mich dann selber nicht mehr wenn da so viele auf einen hoffen sind ja aber bei den Balken nicht deswegen guck ich dann immer unten auf den Balken ne ich weiß nicht mehr wo ich denn hin da um soll wo ich denn ziehen soll wenn ich mich nicht ziehe ach so ich hab dann was probiert dass ich einfach so unten in den Menschenmenge lauf oder sowas ja da kommt der drinnen von hinten am Geschissen und weiter da kommt Rengler auch noch von hinten da kommt Rengler von hinten da kommt Rengler von hinten da kommt Rengler von hinten Leute Team Kill krass boah jetzt gehen die hier ganz kackweil sein hier auf mich Tatsache Team Kill komm jetzt mit Lenkfuschen komm 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 weiter wo wo wir haben keinen Ass doch wir haben Ass wir haben 3 Sekunden Zeit ja das war ja echt nice ja ich hab nicht mal klauen müssen na eigentlich geht man jetzt sollen wir auf den Tower gehen ohne Minions das ist doch ein schlechter Scherz eigentlich sollten wir jetzt mit Lenkfuschen also jetzt die äh ich liebe alle die Nexus-Tower boah beide Tower haben mich ah sind jetzt alle wieder da war gleich na lass mal schon mal zurückgehen da sind sie geht los für die munton back für die munton weil ich mich nicht so sag's doch bin jetzt gefolgt wie sonst was ja ich weiß lieb's mich auch wie sonst was na die gucken ob der Drache da ist aber die wissen nicht dass er nicht ist ich habe Angst alleine reinzugehen ich habe Angst alleine reinzugehen dann bin ich doch tot wieso da sind alle da ok kann man sich denn hier noch wunderbares kaufen was kommt denn hier noch cool wenn man das hat Rezept auf jeden Fall und dieses Buch Ihr Schmerz ist meine Freude für die munton ja sonst also ja oder auch nicht aber dann ist der Drache da auch nicht mehr weil er war da auch gar nicht mehr ja jetzt sind sie wieder in der Mitte und weiter ja ich ist halt auch wieder da ne also Rache braucht er zuweiter er kommt erst bei was weiß ich 45 oder so wenn er oben auf die Zeit guckst aber wir sollten jetzt hier die Botlane pushen das wünscht sich zumindest der Timo ne der Billspring und weiter kommen sie auch gleich alle an ja natürlich oder sie verteidigen boah ich seh mich nicht mehr 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 was tut denn da gerade? Ich mach Darius kaputt Kaputt! Mach die kaputt, Junge! Ich hab ja erst gedacht, er läuft zurück, aber er ist dann irgendwie wieder zurückgekommen Ich hätte mir gedacht, warum nicht? So ein Freakle Ja, durchaus Ich hab mal gewischt, Junge War mal geil, oder? Da sind auch 2 Lanes super Vasaille Und die oberste Lane ist von den Vasaillen eigentlich durchgepuscht Komm, ich hab ein Vasaille mit meinen Lagen auf Fertigkeit gemacht Für Sparta Ja Sind wir nur noch zu zweit? Jo Und dann das Die Gegner eh alle tot sind Waren Ach komm, kannst du nicht meinen Loll Hör doch auf, ja komm, die doch kacken Krass mich nicht 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 Loll, wird auf einmal schneller Und die scheiße Also eigentlich dürfen sie mich nicht haben Eigentlich Ich glaub hier gerade extra außen lang, dass sie mich nicht kriegen Ich glaub sozusagen mit dem mit Bei mir wusste der, wo ich war Bei mir wusste der, wo ich war So, mach mal hier mal so Brauch ich noch, wieviel brauche ich? Das hab ich gar nicht gesehen 400 Kürze Vielleicht top, top inhibitor auch durch Schon wieder drei Leute von den down Ist ja echt Fast schon zu einfach Manche sind noch 16 von Zum Beispiel Rengar Ja, ich bin mittlerweile schon auf 18 geschafft Aber bei uns Tröner mir Der ist auch erst 15 Ich bin jetzt auch erst 17 Auch noch nicht so Ja, ist ja auch im Kacken Für die Unton Dun 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 Ja hier komm Gleich den inhibitor noch mal down Ah, letztens Schlag gemacht Ich hab noch meinen Schlag Naja Ah, wir haben schon verloren Jo Schade Wenn ja Einmal Ich bin noch mal Ich bin noch mal Du bist doch Ich bin nicht noch mal Ich bin zuerst Ich bin nicht Hier Ich bin nicht Du bist aber Du bist denn Was hast du denn Du bist? Ah, diese Musik eines Gewinnes Eines Sieges, die muss man noch genießen Eines Gewinnes Ja, jetzt gerade echt Ah, so schlecht Ja, es ist 0.51 Uhr, Zeit für die Nacht Ach nee, es war was anderes Ja, ich würde sagen, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen Mal wieder, immer noch, jedes Mal Und wird sich auch nie ändern Wir freuen uns, dass ihr dabei wart Ich weiß immer nicht, was ich zum Schluss sagen soll Da kommt nur unkreative Kacke bei dir raus Ne, auf jeden Fall Und Ich weiß, ihr mögt das Video bei diesem Schönen Triple Kill, den da Philipp gemacht hat Oh ja, hammergeil Werde ich gleich in die Videobeschreibung Und natürlich sofort drin auftauchen Auf jeden Fall hier, um es auf den Punkt zu bringen Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao Ciao, ciao